Wir spielen heute Minecraft, aber wir können uns nur komplett gerade nach unten bauen. Und das Ganze zusammen mit einem Trybans, Bro, pass auf das Lame! Oh mein Gott! Freunde, lasst uns das Video schauen, Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir starten rein. Let's go! Und oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt einfach gefangen hier auf einer Insel. Was geht ab? Yo, was geht? Bro, wir können uns heute nur nach unten bauen, das ist dir klar, oder? Ey, ja, das ist total krass, Mann. Ey, guck mal, wie geil das aussieht. Warte, kann man irgendwas unten sehen? Ne, man kann gar nichts sehen. Auch nicht, wenn man F5 drückt oder so. Das Ding ist, Leute, wenn wir heute einmal sterben, sind wir raus. Also der, der von uns zuerst stirbt, hat verloren. Das ist ja auch klar, oder? Aber Freunde, ganz wichtig, lasst schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, denn wir werden das Ding heute gewinnen. Denn Max, du denkst auch, du bist krass, oder? Ja. Äh, äh, weiß ich ja nicht. Wir werden es sehen. So, Lukas, was machst du so? Bro, ich baue auch meinen Baum ab. Okay, ja, Holz ist ja immer das Wichtigste in Minecraft. Das braucht man ja direkt mal als erstes. Hier ist klar, ne? Also wirklich, wenn wir einmal sterben, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Aber einer muss sich halt trauen, runterzubauen. Äh, 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 sollen wir uns hier diese... Warte mal, warte mal. Ist eigentlich, äh, eigentlich dumm, die Chickens zu erledigen. Wir könnten die auch erst miteinander paaren. Ich weiß nicht. Boah, das wäre strong, das wäre strong. Lass das mal machen. Wir können so... Oh. Hä? Äh. Boah, ich bin gerade fast an dem Ambros gestorben. Wo kommt der her? Der lag da oben auf dem Baum drauf. Oh, guck mal, ich hab ein Ei. Vielleicht kommt noch ein. Ne, er hat nichts gebracht. Okay, warte, ich stelle ja auch direkt schon mal Bäume wieder auf. Warte, ich lasse die direkt paaren. Ja, genau, Partymaß. Sehr gut. Gut. Ja, hat geklappt. Okay, haben wir schon mal ein Babychicken. Okay. Nice, nice, nice. Gut, ich werbe auch noch mal ein Ei. Kam auch nichts raus. Okay, dann würde ich sagen, wir können uns jetzt schon mal ein bisschen Werkzeug hier machen. Hey, ich hab so Schiss. Warte, ich hab nur Workband. Hier, hier. Mach dir keine, mach dir keine. Okay. Hier, wir haben nicht so viel Holz. Ja, das ist ein gutes Argument. Okay, guck mal, das Ding ist, eigentlich ist ja der, der zuerst stirbt, ist raus. Also eigentlich müssen wir uns jetzt betteln. Aber ich würde sagen, lass ein bisschen zusammenspielen, oder? Lass Teamwork machen, auf jeden Fall. Bro, wir haben so wenig Platz. Wir müssen Teamwork machen. Okay, aber wir haben schon mal Bäume nachgepflanzt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall irgendwann noch mal Holz kriegen. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Das stimmt, das stimmt. Boah, warte, hast du Werkzeug gemacht? Komplett? Ich hab mir gerade Werkzeug gemacht. Okay, ich mach ne Pickaxe. Ich mach ne Pickaxe. Ich hab schon ne Pickaxe. Ich hab auch ne Pickaxe. Ja, okay, ich mach mir selber aber auch eine. Warte mal. Ich kann uns natürlich... Oh, erste Baum, erste Baum. Der erste Baum, let's go. Ich baue schon mal ab. Ja, sehr gut. Ich baue mal hier nach unten und hole mal ein bisschen Stein direkt für uns. Ja, aber nicht, pass auf. Nicht, dass du runterfällst. Ja, okay, stimmt, stimmt. Dann könnte noch ne Ebene kommen. Warte, dann hol ich nur so erstmal Stein, damit wir zumindest mal Steinwerkzeug haben. Ja, das ist schlau. Holzwerkzeug ist voll Schmalspur, Leute. Hey, Freunde, das Ding ist, wir wissen halt nicht, was da noch kommt. Es kann ja alles da unten kommen, ne? Ich hab echt ein bisschen Angst. Okay, mach ganz langsam, mach ganz langsam. Wie viel brauchen wir für Equipment komplett? Wir müssen alles haben, ne? 2, 3, 1, 7, also 14. Warte mal, ich hab 15 Steine, dann können wir uns einmal komplett... Holen wir auch mal, ja, genau, genau. ...steinequipment machen. Nice, nice, nice. Ey, ganz wichtig. Warte, danke. War da irgendwo was für ein Eimer? Ich hab nur nichts gesehen. Okay, ich geh auch nochmal kurz runter. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Weil hier oben ist Wasser. Stell dir mal vor, wir fallen wirklich in Lava. Bro, dreh dich mal um die Bäume. Alter, wie schnell wachsen die denn hier? Hä, wie krass. Hä, das ist ja voll krass. Ich baue die direkt ab, ich baue die direkt ab. Ja, sehr gut. Oder warte, baue du die mal kurz ab. Ich geh echt mal einmal runter nach Eisen gucken. Ja, okay, machen wir so. Weil ich seh schon, komm, wir fallen irgendwie in Lava oder so. Hä, von wo bist du denn runtergegangen? Äh, ich hab mich ja wieder hochgebaut. Keine Ahnung, an irgendeiner Stelle war das. Alter, okay, die Bäume wachsen hier super schnell. Also Holzprobleme werden hier für den Balkan. Das ist schon mal sehr geil. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Nein. Bro, hier ist ein Villager-Dorf. Aber warte trotzdem erstmal oben wegen Essen und so. Ja, ich warte erstmal oben. Check erstmal, check erstmal. Oh mein Gott, ich hab dreieinhalb Herzen nur. Zweieinhalb Herzen nur. Alter, oha. Man muss wirklich aufpassen hier. Okay, hier sind aber Kartoffeln und so. Ich pflanze die an. Ey, warte mal, wir bauen uns am besten Leitern. Ich habe ja jetzt voll viel Holz, ich mach mal Leitern. Das ist strong. Dann können wir nämlich auch immer wieder hoch, falls wir irgendwas brauchen. Und zwei Villager haben wir hier. Und zwei Betten. Sehr stark. Savepoint. Wobei, wenn wir sterben, sind wir eh raus. Ja, das stimmt auch. Okay, ich baue hier noch mehr Holz ab. Ja, stark. Ey, nimm alles Holz und Setzlinge von oben mit. Ganz wichtig. Ja, ja, ja. Mach ich, mach ich. Das krasse ist halt, Max, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber hier ist ja alles so in so Ebenen aufgeteilt. Das heißt, unten kann halt auch ein Warden oder keine Ahnung, was kommt. Ja, man weiß nicht, was kommt. Okay, ich bring jetzt einfach mal drei Setzlinge mit, ne? Ja, mach mal, mach mal. Das reicht. Hier ist auch noch ein Baum. Ah, aua. Okay, das war ein bisschen doof. Ich bin auch runtergefallen. Ja, gut. Okay, nicht sterben, Leute. Aber warte mal, wie machen wir das mit Essen? Ja, ich pflanze ja hier an. Guck mal. Ey, du hättest gerade die Hähnchen oben noch mitnehmen müssen. Ja, aber egal. Ich habe ja eh Leitern. Ich baue uns immer mal hoch. Ja, okay, okay. Das ist strong. Ich pflanze hier nochmal was. Das ist total krass. Man kann es hier wirklich nur nach unten bauen. Was wir unbedingt machen müssen, warte, wir müssen einmal abmessen, wie dick da der Boden war. Damit wir es für die nächste Ebene wissen, weißt du? Ja, wenn das gleich ist, ne? Und da ist Eisen. Da ist noch Eisen. Ich muss es holen. Es geht nicht anders. Ja, richtig und wichtig. Frage ist, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Warte, ich baue mich hoch mit Holz einfach. Wir haben eh gut Holz. Ich habe 32 Blöcke. Warte, ich gebe dir mal Leitern, dann mach da direkt eine Leiternspur. Äh, musst du machen. Ich muss ja erstmal Blöcke bauen. Oh, warte. Guck mal, hier, Teamwork, Leute. Zack, 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 zack. Und? Was ist denn da noch? Gold. Hier ist ganz viel Gold. Ich hole alles mit. Und hier ist noch Eisen. Ich baue alles ab. Oh mein Gott. Haben wir schon einen Ofen? Ne, auch noch nicht, ne? Ne, ich glaube auch nicht. Aber ich nehme mir mal ein bisschen Stein mit für Ofen. Ja, mach mal, mach mal. Eisen nehmen wir auch mit. Boah, Leute, wir werden hier richtig OP. Und? Oh mein Gott. Guck mal, über dem Portal. Wichtig. Goldblöcke. Alter. Noch mehr Gold. Ich hole die mit. Ich hole die mit. Wenn wir uns Äpfel machen können, wenn wir am Ende fighten. Auch sehr strong. Ja, auch gut. Ey, wir brauchen aber erstmal so normal was zu essen, Alter. Hey, der Block ist bei mir weg. Kann man den nicht abbauen mit, äh... Nein, mit Eisen musst du machen, Bro. Oh mein Gott. Oh. Warte mal, ich lass erstmal Eisen brennen. Haben wir Kohle oder irgendwie was? Äh, warte. Ne, oh mein Gott, wir brauchen Kohle. Ja, wir können auch mit Holz einfach machen. Ähm, lass mal hier nochmal nach oben bauen, dass wir... Ja, lass mal hoch. Hast du die Leitern? Ja, die hast du platziert, ne? Strong. Also runter kommen wir schon mal. Dann hier nochmal. Okay, sehr gut. Alle Ebenen werden hier miteinander verknüpft. Ich glaube, Essensproblem haben wir nicht mehr unten. Die ganzen Karotten sind schon fertig. Okay, das ist gut. Ja, kommen wir, wir schlachten jetzt einfach. Zack, mitnehmen. Ja, jetzt hier Ende für euch. Und hier alles mitnehmen. Ey, oh, den Amboss müssen wir mitnehmen. Stimmt. Falls ihr irgendwas bekommt zum Kombinieren. Wer weiß, was noch so alles unten... Stimmt auch, nicht schlecht. Ich sag's dir ehrlich, ich glaube, Holz haben wir auch genug, oder? Wofür brauchen wir so viel Holz? Ja, wer weiß, Bro. Weil wir müssen uns Holzkohle jetzt machen, um das zu bringen. Ah, okay, okay, okay. Hast du noch Setzlinge? Äh, nee, aber ich hab ja unten gepflanzt. Ja, okay, die müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Alter, wir spielen einfach Minecraft durch und wir können uns nur nach unten bauen. Das ist schon sehr krass, oder? Also eigentlich, das ist schon krass, der Gedanke. Ist eigentlich schon heftig. Okay, ich mach mal eine Pickaxe von dem Eisen. Ja. Zack. Nice. Dann haben wir es. Okay, ich baue den Goldblock gerade noch ab. Let's go, let's go, let's go. Ja, da ist er. Bestimmt, irgendwann später können wir noch mit den Villagern traden. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, aber ich sag dir ehrlich, äh, lass uns eine weiter runter, oder? Ja, 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 aber, äh, warte, Karotten, äh, die hier sind ready. Ja. Die sind ready. Okay, ich baue mal ein bisschen runter, ja? Ja, 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 ja. Oh, es geht schon runter. Hey, aber guck mal, easy. Du kannst einfach runterspringen. Oh, chillig, okay. Und hier ist noch mehr Kohle, ich baue es ab. Und sonst sind, glaube ich, nur Bäume und so nichts Besonderes irgendwie. Willst du die Bäume alle mit? Ja, brauchen wir nicht, oder? Ich habe jetzt noch so viel Holz eigentlich. Ich hole die Kühe mit. Leder haben wir auch für Bücher, auch geil. Ja, true. Äh, aber nimm das Holz mal mit für Leitern zu machen. Ja, ich bin schon dran, ich bin schon dran. Es sind überall Bienen, ne? Krass. Oh, meine Goldachse ist jetzt schon weg. Boah, irgendwie geht hier alles schneller noch als normal so. Aber übel krass schneller. Auch die Holzachse geht so schnell kaputt gerade. Hier, guck mal, ich lege dir mal meine Kohle. Kannst du machen. Und mein rohes Fleisch. Alles hingelegt. Stark, 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 ja, super. Ich gehe schon mal einen Ticken weiter runter zum Gucken. Mhm, okay, sehr gut. Okay, man kann einfach runter. Ich sehe nur Wasser. Okay, das sieht echt chillig aus. Ich sehe Wasser und Sand, ich sehe Wasser und Sand. Okay, lass kurz noch warten. Sollen wir hier noch die Rohstoffe mitnehmen? Da an der Decke das Eisen noch, oder meinst du, brauchen wir nicht? Ja, doch, Rüstung ist sehr wichtig. Wir haben noch keine Rüstung. Ja. Guck mal hier, ich halbier auch mal meine... Oha, warte mal. Ey, wir können Dinge jetzt machen. Ich kann Kartoffeln noch anbraten. Ich habe 41 Stück. Oha, ja, let's go. Das ist strong. Warte, ich mache mal noch einen Ofen. Die Saplings nehme ich auch noch mit, falls wir irgendwann mal Holz brauchen und nicht weit oben sind. Okay, ich würde sagen, lass eins runtergehen, solange hier alles lädt. Ja. Und alles brennt. Und wir können es ja wieder hochbauen. Du hast noch Leitern, ne? Ne, hab keine. Oh, noch vier Stück. Warte, ich mache noch welche. Hier ist gar nichts. Du hast doch noch super viel Holz, oder? Äh, ich habe noch viel Holz, ja. Boah, hier ist nichts. Hier sind nur Pilzkühe. Aha. Und halt ganz viele Pilze. Können wir mitnehmen für Suppe, aber... Ja, aber eigentlich... Ich weiß nicht. Also viel Essen haben wir nicht, ne? Findste? Wir haben 41 Kartoffeln. Und ich habe noch 16 Karotten. Ja, komm, wir holen die Pilze mit. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, ja. Sollen wir wieder Leiterspur machen oder einfach... Ne, wir müssen sowieso noch mal hochfällen. Ja, die ganzen Sachen müssen wir holen. Aber eigentlich müssen wir dann beim nächsten Mal keine Leiterspur mehr machen. Ja. Weil dann haben wir alles... Wir gehen jetzt einfach weiter. Alles mitgenommen. Wir nehmen jetzt einmal alles mit und dann Abfahrt. Bau hier schon mal ein bisschen weiter, weil das wird eh dauernd durchs Wasser hier. Mach langsam, ne? Wenn du runterfällst. Ja, ja, hier ist eh Wasser. Wir können durchs Wasser wieder hoch. Ah, stimmt. Oh, hier ist eine Schneewelt als nächstes. Eine Schneewelt? Ja. Oha, Junge. Und Zuckerrohr, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zuckerrohr ist sehr strong. Oh, Kürbisse. Kürbisse für Endertrache mal später. Ich nehme mal mit. Das ist krass, das ist krass. Oh, das ist richtig krass. Stimmt wegen Enderman. Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, läuft schon stabil, oder? Ja, wir kommen gut voran auf jeden Fall. Ey, wie viele Ebenen sind das denn? Ey, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich kann es auch nicht einschätzen. Man sieht auch nicht, wie viel da noch kommt. Ich würde sagen, sobald wir Rüstung haben, können wir aggressiver nach unten gehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Alle Kartoffeln fertig. Ich komme direkt runter. Stark. Aber wenn wir uns jetzt immer in der Wasserspur weiterbauen, dann können wir sowieso immer hochschwimmen. Stimmt, übelst. Weil das Wasser läuft ja angemettet runter. Jetzt, es geht weiter. Ja, stark. Oh, ich kriege trotzdem Falschaden. Egal. Let's go, Junge. Was ist das denn? Bambusebene. Junge, ist ein Puffergeil. Auf tropisch angelehnt. Krass, Junge. Sogar Panda, Kakaobohnen, Melonen. Hier ist alles. Alter, hä? Voll die krasse Ebene hier. Komm mal, wir hatten Angst, dass wir nicht genug Holz bekommen. Ja, true. Aber... Ich nehme jetzt auch kein Holz mehr mit. Nee, ich auch nicht. Aber wir können halt auch nichts hier anfangen, ne? Was sollen wir hier machen? Melonen mitnehmen. Ja, okay. Komm, ein paar Melonen holen wir mit. Ich würde sagen, lass dann direkt weiter runter, oder? Ja, einfach weiter. Einfach weiter, Bro. Aber warte, warte, warte. Die Decke. Ey, wir sind dumm. Wir müssen immer an die Decke schauen. Guck mal, Eisen hier. Strong. Warte. Digga, ich fall hier mal runter. Kriegst du das? Ich glaube, ein komplettes Rüstungs-Setup. Wie viele sind das? 24 Dias, oder so? Äh, ja. Dias eigentlich schon Eisen. 24. Okay, die nächste Ebene ist nur Sand. Hier ist aber nichts. Hier ist ein Tempel. Hier ist einfach ein leerer Tempel. Bro. Ich guck mal gerade, ob es hier noch... Guck mal, ob da an der Decke wieder Eisen ist. Ja, doch. Hier sind, äh... Boah, hier sind Kisten. Oh, strong. Willst du kurz runterkommen? Nein, ich bin so blöd. Das war der Creeper-Tempel. Nein. Bist du tot? Nee. Aber, äh, wir müssen alles looten ganz schnell. Komm, 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 komm. Wo bist du? Wo bist du? Einfach runter. Bro. Dias. Netherite. Einfach runter. Komm einfach runter. Ja, wo denn? Äh, bau dich einfach runter. Ist doch egal. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, das war so dumm von mir. Es war so dumm von mir. Sogar Emeralds sind hier zum Traden. Bro, lass immer in der Wasserspur runter. Dann können wir immer wieder runter. Ja, das stimmt. Das war gerade absolut mein Fehler. Sammel da oben alles ein. Guck mal, hier hoch. Hier liegen noch Sachen. Genau in dem Turm drin. Wo bist du denn? Hier in dem Turm drin. Ah. Okay, ja, ich bin... Oh mein Gott. Was hier noch alles liegt, Alter. Ja, ich hole gerade alles noch. Emeralds, Verzauberung, Schutzverzauberung. Digger, Goldapfel. Brauner Pils, das, das. Und Bücher. Schutz 3 und Federfall 3. Let's go. Digger, das war hier die kranke Ebene. So, Lukas. Bro, das ist insane. Schutz 3 und Federfall 3. Ey, nice. Das ist echt nice. Aber wir haben nicht mal genug, um uns eine Rüstung zu machen. Aber guck mal, was ich habe. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt irgendwas anfangen können, aber... Boah. Ja, wir brauchen erstmal Diamanten. Hast du Diamanten auch? Äh, ich habe auch Dias. Zwei Stück. Zwei. Ja, schwierig. Oder lass einfach mal weiter. Wir machen einfach mal weiter. Und dann entscheiden wir, ob wir auf Eisenrüstung gehen oder Ding. 13 Gold. Sandstein habe ich noch ganz viel aufgehoben gerade. Oh. Hast du schon einen Eimer? Weil ich würde auf jeden Fall mal einen Wassereimer machen. Ja, einen Eimer habe ich hier. Ich kann dir noch meinen Eisen geben. Warte, alles gut. Ich mache mir jetzt auch mal einen Wassereimer noch wegen Fallschaden. Und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ey, haben wir oben noch irgendwas gehabt, was wir brauchen? War da jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hast du alles geholt, was an Loot da lag? Ja, ja. Das war alles genau. Warte, ich will trotzdem noch einmal kurz nach oben. Wir haben überhaupt nicht drum herum geguckt, oder? Ja, ja. Genau, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas an der Decke ist und so. So habe ich jetzt weniger geschaut. Solange du da schaust, lass hier nochmal ein bisschen Eisen. Hier ist Eisen. Ja, Mann. Ich hole mir das. Zwei. Oh, hier ist mehr. Drei. Strong, strong. Genau. Hol das mal alles. Fünf. Da drunten geht es direkt schon wieder mit dem Nächsten weiter. Ich habe schon mal runtergebaut. Ja, okay. Warte, aber, warte, aber, warte, aber. Ja, ja. Ey, so lost von mir, ne? Ich schwörs dir. Oh, warte mal. Trick 17. Ja. Ich lasse das Wasser von oben einfach hier reinlaufen. Hier unten ist eh wieder vom Wasser, also alles. Ne, aber damit wir noch eins weiterkommen, weißt du? Guck mal, ich lasse das Wasser runterkommen. Ja. Good strong. Aber hier oben ist sonst gar nichts mehr. Ja, gut, dann egal. Erst recht, wir hätte so klar sein sollen, dass da TNT war. Sogar in diesen Sandsteinen drin sind einfach Creeper. Meinst du, meinst wir sollen mit dem Eisen, was wir haben, schon mal Rüstung machen oder noch warten? Das wäre schon stark, weil worauf sollen wir warten, weißt du, ich meine? Ja, tue. Ja, ich mache nochmal meine Fünf rein. Dann brauchen wir das Eisen ja auch nicht mehr. Ne, ne, das stimmt. Ja, okay, dann gucken wir mal, weil wir kommen. Okay, let's go. Wo hast du runtergebaut? Hier, ne? Okay, dann let's go. Auf die nächste Ebene. Oh. Hä? Was ist das? Ach, das sind diese Helfer da. Ey, denen kann man doch Aufgaben geben, dass die einem irgendwas besorgen. Hä, ich kenne die gar nicht. Doch, das sind auch die, die in den Villen sind, in den Pillager-Villen. Guck mal, ich habe dem jetzt hier gerade meine Dinge gegeben. Und jetzt bauen die Holz ab, oder was? Ich weiß nicht, ich habe die jetzt erstmal wieder abgezockt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man den... Ah, jetzt hat er meine Laterne, meine Laterne wieder, Junge. Doch, gib dir mal die Pickaxe. Vielleicht baut er den ganzen Baum hier ab. Okay, warte mal, wir testen es mal. Ich gebe ihn mal. So, du hast jetzt eine Pickaxe. Los. Und du kriegst Holz. Wie krass. Los, geht arbeiten für uns, Junge. Guck mal, was er macht. Jawohl. Der Süße. Aber er soll hier hin. Komm, komm an den Baum. Irgendwie sind die ein bisschen verloren, ne? Ja. Weißt du, was auch verloren ist? Dass deine Sachen jetzt weg sind. Ja, komm, let's go. Lass direkt weiter. Total lost. Komm weiter, nächste Ebene hier. Warte, lass hier genau in der Mitte beim Wasser. Ja. Oh, Pferde. Weiter. Pferde. Ey, ich springe immer einfach, weil ich denke, ich habe eine Elytra. Ist so doof. Und guck mal nach oben. Wichtig. Oh, okay, das müssen wir alles mitnehmen. Das müssen wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Ey, guck mal, ich sag's dir ehrlich, ich habe einen Sattel und einen Diamant-Harnisch für ein Pferd. Könnte auch strong sein, aber wie kommen wir mit dem Pferd nach unten? Ja, aber bro, was ist das Pferd da runternehmen? Ja, das ist doof. Ja, warte, dann droppe ich die Sachen auch. Dann brauche ich es ja nicht. Zack, zack. Wenn man die eine Kiste rein, falls wir es irgendwie mal brauchen sollten. Ja, aber dann haben wir ja Full Iron gleich, ne? Das müssen wir gleich haben. Okay, ich glaube, wir haben erstmal alles, oder? Ja. Ich check mal eben, wie viel ich habe. Das ist das Cobblestone wieder mitnehmen, habe ich kennst. Okay, ich habe jetzt aktuell fünf Eisen. Ich habe... Hä? Zwei? Wo ist das denn hingefallen? Ach nee, äh, sieben, sieben, sieben. Sieben Rohreisen. Okay, ich baue schon mal einen Block weiter runter. Und zwei normal, also neun, ja. Was ist das denn? Wäre ja so eine Wüstenregion, bro. Hier ist gar nichts. Hier ist so Keramikstein. Toll. Oh, bro. Wie schlecht. Okay, wollen wir trotzdem mal ganz kurz hier noch Rüstung machen? Ja, und lass mal an die Decke wieder schnell. An der Decke ist auch nicht so viel. Ja, okay. Kurz Rüstungstopp. Ja, Decke hatte ich schon geguckt. Hast du ne Ding? Ja, hier, hier, hier. Holen die brauchen wir gar nicht. Ja, du hast ja die Öfen. Knochen haben wir. Ich mache mal Knochenmehl, falls wir irgendwie noch essen oder so schneller machen wollen. Ja. Ich packe meinen auch direkt rein. Hinter uns ein Skelett. Ey. Bro, der macht übel Damage. Ja, bro, weil wir auch kaum Rüstung haben. Machen wir die Kakteen für irgendwas später? Ich glaube nicht. Boah, weißt du, was ich machen kann? Warte mal, das könnte... Hol mal das Fleisch hier. Was OP ist, guck mal, ich habe ja das Buch. Vielleicht kann ich mein Haar nicht mit Schutz 3. Ich kann es machen. Aber warte, heb das doch lieber für DIA, mit DIA-Ding. Ja, aber als ob wir so viele DIAs bekommen. Bro, guck mal, auf einmal kam hier was krasses. Warte doch mal ab. Vielleicht kommt nächstes Mal irgendwie wieder ein krasser Tempel. Denkst du echt? Also ich würde die Verzauberung, sag ich dir ehrlich, für DIA aufheben. Ich würde die jetzt nicht für... Ich habe auch noch ein Schutz 3-Buch. Na gut, dann brauche ich dann aber das erstmal wieder weg. Und ich sage dir ehrlich, so Pilze und so, ich werfe die weg. Brauchen wir eh nicht. Brauchen wir Leder? Ja, eigentlich auch nicht, oder? Ja, ich glaube, wir werden hier eh nicht selbst verzaubern. Also wenn wir irgendwas verzaubern, dann könnten wir bestimmt die Verzauberung dafür. Denke ich auch, denke ich auch. So, zwei Erdebrinken. Auf jeden Fall Kürbisse würde ich mal noch mitnehmen, wegen Ender-Ding. Vielleicht kommt hier eben so eine Endworld noch. Ansonsten glaube ich auch Rest hier. Vieles unnötig. Schwarzpilber brauchen wir auch nicht. Okay, ich habe noch Goldschuhe. Könnte sogar schlau sein, wenn gleich eine Nether... Kann ja auch sein, dass eine Nether-Ebene kommt. Wer weiß es noch. Das kann sogar sehr gut nötig sein. Da greife ich mich die Dinger nicht an. Oder hier, nimm du mal das Fleisch. Fall 3 ist halt sehr, sehr strong. Ja, auf jeden Fall hier Gamechanger. Willst du schon mal runter bauen? Ja, ich baue hier in der Wasserspur wieder runter. Ja, wobei, hol mal gerade deine Öfen noch mit. Warte, das eine Steak ist jetzt fertig. Könntest du den Rest schon mal abbauen? Dann geht es weiter. Es kann ja nicht mehr viel kommen. Also jetzt, ich glaube, jetzt wird es auch härter. Ich glaube auch. Okay, kannst abbauen. Ich habe nicht mal ein Schwert. Hast du ein Schwert? Ne, oh mein Gott, wir haben kein Schwert. Wäre gut, aber Eisenachs, 3, lass mit Axt. Ich habe nicht mal eine. Du hast nicht mal eine Eisenachs? Ne, warte, ich baue mir runter. Kriegst du auf jeden Fall als nächstes ein. Das ist nice. Und ein Schild können wir uns auch easy noch bauen. Ja, safe. Das können wir uns auch krass saven, ne? Schnell, weg, weg, weg. Bro, wie tief geht es denn runter? Ich kriege Schaden. Die Luft holen. Hier ist einfach ein Spawner nur. Okay. Und Schwarzpulver und ganz viel Brot. Oh, Brot, let's go. Und Schildkröteneier. Sollen wir den Spawner abbauen? Warte mal, hier muss doch noch weitergehen. Ja, irgendwas safe kommt hier noch was. Ich glaube, das ist nur so eine Main-Gegend. Aber, ja, guck mal, weil hier sind auch Kohle. Bestimmt irgendwo ist hier noch Eisen. Oder Dias. Oh, das könnte sein. True. Dias ist strong. Bro, wie tief geht denn das runter? Sie sind mir genau auf dem Spawner rausgekommen. Oh mein Gott, unter uns ist eine Höhlenebene. Da sind Zombies. Draufstellen. Ich sehe einen Creeper. Okay, warte mal, bevor wir da reingehen. Da ist Lava, da ist auch viel Eisen. Ich sehe es gerade. Ja, das ist schon mal gut. Lass mal gerade hier oben noch einmal in Ruhe gucken. Ja, 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 ja. Ich baue hier erstmal die Spur im Wasser nochmal runter. Oh mein Gott. Bro, lass immer die Wasserspur runtergehen. Ja, ja, das ist wichtig. Strip-Mine hier einmal ganz kurz. Ich wette, hier sind Dias. Als ob die hier so eine komplett loste Ebene machen, wo nichts ist. Irgendwas ist hier versteckt. Ja, aber Bro, das kann halt überall hier sein. Hier ist noch mehr Eisen. Hier ist Eisen. Oh mein Gott, nice. Ich habe auch Eisen. Ist deine Pickaxe noch komplett ganz oder was? Ähm, ne, hält auch nicht mehr so viel aus. Okay, ich habe jetzt nochmal 15 Eisen. Äh, wir können ja schon mal einen Hanisch machen. Ja, ja, ja. Und dann brauchen wir ja noch neue Pickaxes. Die mache ich auch schon mal. Zwei neue. Ich habe den Plan. Oh mein Gott. Bro, da liegt ganz viel Schwarzpulver. Guck mal, hast du schon einen Hanisch? Äh, Hanisch habe ich schon. Hast du ja schon gemacht. Ich brauche nur noch Kopf und Füße. Ah, okay. Aber mach mir erst mal ein Schwert. Mach mir erst mal ein Schwert. Und eine Pickaxe. Meine Pickaxe. Ja, warte, eine Pickaxe habe ich hier noch schon für dich gemacht. Das Problem ist, ich habe nur noch ein Eisen. Also wir können kein Schwerter mehr machen, leider. Oh, okay, okay. Wir müssen weiter. Warte, lass die, lass die, lass die, lass die. Achso. Die Workbench. Ich mache gerade TNT noch. Oh, okay. Okay, ich habe zwei TNT. Oh, let's go. Willst du hier einmal ein bisschen rumspringen, oder was? Nee, nicht einfach so, aber wer weiß, was noch kommt. Weißt du, was ich meine? Äh. Aber wir brauchen Flint. Ich kann auch keinen, ich kann das gar nicht anzünden gerade. Boah, habe ich auch keins. Ich baue den Spawner ab. Komm, let's go, lass nach unten gehen. Weiter geht's. Abfahrt. Hast du schon gebaut? Alter, du hast schon gebaut. Nächste Ebene, let's go. Vorsicht, da sind Creeper und so. Ich habe schon gesehen. Und hier ist ganz viel Eisen neben uns. Oh, nice. Und Lava, pass auch auf. Ja, ich hole alles mit dir. Ach, du die Skelette. Ja, weg mit euch. Weg mit euch. Sterb nicht, sterb nicht. Creeper, Creeper, Creeper. Oh, okay. Weck geplott. Alles gut. Okay. Oh mein Gott. Okay. Boah, hier unten ist auch noch richtig viel Eisen. Ich habe auch vier Eisen jetzt. Ich baue noch mehr ab. Let's go. Jetzt gehen wir Full Eisen. Vielleicht sind wir Full Eisen. Und sieben. Stark. Oh, da oben ist noch mehr. Ich hole noch mehr. Brauchen wir Lava für irgendwas? Ich würde es mal mitnehmen. Wäre auch strong. Wäre auch strong. Aber wir haben keinen Eimer mehr. So, hier einmal deinen neuen Sneaker und dein neuen Cap. Let's go, Juni. Das ist strong. Abfahrt. Ich brauche unbedingt noch ein Schwert. Ja, habe ich auch noch nicht. Aber warte, ich habe genug. Und wir können jetzt zwei Schwerter machen. Nice. Ey, ich kann theoretisch, oh mein Gott, ich kann Diaschwert machen, ne? Alter. Oder was ist denn Diaschwert? Sollen wir Diaschwert? Nimm du das, nimm du das. Ja, ich habe jetzt eh zwei. Also ich habe eh schon zwei Eisen. Ich mache Diaschwert. Ja, gut, dann machen wir Diaschwert. Ey, bis wir eine Rüstung zusammenkriegen, das dauert eh Ewigkeit. Ja, ja, safe. Boah, let's go. Und wir haben halt Netherite, ne? Boah. Soll ich ein Netherite-Schwert machen? Das ist ja schön krass. Ja, komm, dann geh auf Netherite-Schwert. Abfahrt. Da ist er. Okay, ich baue hier schon mal weiter runter zum nächsten. Ja, ja, ja. Und? Spat zugegeben. Geil. Du bist jetzt ja hier richtig der OP, Johnny. Einfach eine Netherite-Schwert jetzt. Okay, ich baue die Öfen mal gerade alle ab, ne? Es geht weiter. Okay, komm, lass runter. Ey, was war da? Irgendwas war da gerade. Das ist die Unterwasserwelt. Achtung, nein! Nein, da sind diese Dinger. Nein, 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 wir können nicht mehr abbauen. Wir können nicht mehr abbauen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bro, wir müssen die töten. Wir müssen die töten. Das war's, okay. Ey, die machen einen Mies-Schaden. Oh mein Gott. Bro, die hopsen mich. Ich kann gar keinen Schaden machen. Bro, die hopsen mich. Ach du, Bro, wir können nichts abbauen. Ich bin auch gleich tot. Oh mein Gott. Ey, wenn wir jetzt sterben, ich rast komplett aus. Au! Ich kann nichts machen. Ich auch nicht. Man kann ja auch nichts mehr abbauen. Ja, das war's. Dann müssen wir uns irgendwie einbauen. Ich hab mich gerade eingebaut. Ey, Bro, Junge, was sollen wir denn machen? Was machen wir denn gegen die, Alter? Ey, die haben mich fast gewoneshottet gerade, ne? Ja, Alter, ich war auch fast tot. Ich muss sogar den Goldapfel essen. Oh mein Gott. Das wäre erstaunen gegangen. Ja, wie machen wir das? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, die hitten ja schon wieder. Junge. Ich dachte, wir sterben an dem Warden oder so. Und jetzt kommen die Dinger. Guck mal, man kann's hier nirgendwo dran vorbeibauen. Okay, weißt du, was wir machen müssen? Was denn? Es ist so schwer. Eigentlich müssen wir uns quasi runterbauen jetzt mit Stein. Immer so ein, zwei Blöcke und dann kommen wir wieder hoch. Warte, warte, warte. Ja, okay. Ich versuch. Bau einfach so viel du kannst. Ja, 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 ja. Hier, ich mach so, dann kannst du wieder oben drauf. Oh, ich hab Schaden bekommen. Warte. So, so, so. Okay, aber so ist die Taktik. Das ist die Taktik. Okay, ich geh wieder runter. Wir sterben sonst. Ja, ja, mach. Wir campen uns da ab, Alter. Okay, ich kann auch wieder. Ich komm auch. 2, 2, 2, 2. Komm, komm, komm. Und ich muss hoch. Wir haben's fast, wir haben's fast, Bro. Wir haben's fast. Ja. Let's go, Teamwork. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Warte nochmal hoch, Luft holen, Luft holen. Okay, okay. Jetzt müssen wir nur noch runterbauen, dann haben wir es geschafft. Ja, okay, komm. Eins. Ich hoffe, da kommt nicht noch. Hast du keine Schaufel? Oh, Bro. Ich muss hoch, Luft holen. Junge, was ist das für eine Ebene? Warte, ich mach als nächstes weiter. Kannst du? Ja. Da ist wirklich oft Krampf hier, diese Ebene. Ah, okay. Nice. Und let's go. Alter, die Ebene war ja komplett Krampf. Die war ehrlich Krampf. Oh, hier ist aber Eisen wieder. Wobei, wir haben alles, oder? Ja, ich nehm einfach mal mit, falls irgendwas kaputt geht. Na, komm. Wir müssen uns ja nicht brennen, wir können ja schneller weitermachen. Oh, hier sind auch Fischis, die rumliegen. Können wir auch braten. Nice, hier ist noch mehr. Ey, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, lass jetzt einfach straight runterbauen, oder? Ja, komm, lass nicht viel Zeit verschwenden hier, direkt weiter. Aber ich glaube, es bringt eh nichts. Wir können jetzt eh diese eine Wasserspur nicht mehr nachmachen, weil oben die Dinger sind. Doch, doch, ich hab hier ne neue Wasserspur. Bau dich einfach straight runter. Ich komm, ich mach Wasser wieder hin. Oh, hier ist das Ding, ja, kannst hinterher, kannst hinterher. Hier ist Minenshaft. Oh, geil. Einfach ne Mine. Ey, das ist OP. Dias, da war Dias. Oh, nice. Warte, ich geh sie holen. Nice, nice, nice. Wir machen dir erstmal ein Dias-Schwert, oder? Wir auch. Ich hab ein Goldapfel gefunden. Stark, hier ist ein Spawner. Und Eisen, gebranntes Eisen hab ich. Wie viel, oh mein Gott. Okay, erstmal die Dias abbauen. Auf Schmackhoffatso, Junge. Oh, drei Stück sogar. Wir sind Spawner, aber irgendwie leider keine Kiste, schade. Okay, warte, was werfe ich weg? Okay, ich hab's, ich hab's. Ich hör Lava unter uns. Guck mal, die sind jetzt für dich, weil das erste Schwert mir war. Prost. Auf Ehre. Hast du eine Workbench? Ja, warte, ich baue eine. Mach mal bitte. Guck mal hier, ich geb dir die mal, ne? Ich kann damit nichts anfangen. 19 Eisen noch. Ah, okay. Nice. Okay, wir machen uns mal gerade noch einen Goldapfel. Aber guck mal hier, auf Ehre. Dann hast du auch wieder einen, weil dein Einer schon weg ist. Boah, nice, nice. Das war gute Ebene. You were strong. Aber lass erst mal durchgucken. Boah, hier ist ein Spawner. Ich baue den aber ab, ne? Ja, ja, baue den mal weg. Wobei, guck mal, hier sind so viele Spinnennetze. Sollen wir die... Was denn? Ist das hier antiker Schrott? Nein, nein. Bro, antiken Schrott gibt es nur im Nether. Mit einer Schere kann ich die Dinge abbauen. Wer weiß, gegen wen wir gleich fighten müssen. Boah, gute Idee. Sehr gute Idee. Das könnte sehr stark sein. Okay, okay. Willst du schon mal weiter runter bauen? Oder sollen wir hier noch gucken? Ja, komm. Komm, abfahrt, Juni. Oh, ich höre Lava. Ich höre Lava. Unter uns ist Lava. Dann warte, ich stelle noch mal kurz Wasser ab. Ich bin schon unten. Ja. Ich fall genau runter und kriege Schaden. Oh, Spinnenebene. Oh, mein Gott. Bro, das sind vergiftete Spinnen. Ey, bitte. Warte. Lukas, halte durch. Hab ihn, hab. Hinter mir ist noch eine. Bro, hier ist ein Endportal. Hier ist ein Endportal. Boah, was? Und hier auch Kipp. Bro, wie viele Tiers? No way. Wie viele, wie viele? 11 Tiers in der einen Kiste. Ende Augen hier. Oh, damit können wir ins Portal. Let's go. Ich hole sie alle. Ich werde schon wieder angegriffen. Ey, Bro, wir müssen auch unsere Verzauberung nutzen. Okay, komm her. Ich mache Schutz 3 bei mir jetzt auf das Ding. Ja, ja, ja. Zack. Ich habe auch noch einmal Schutz 3. Mache ich auch auf mein Haar nicht drauf. Und auf meine Stiefel mache ich Federfall. Okay, warte. Ich gucke einmal ganz kurz, ob noch eine andere. Ne, hier ist Bedrock. Okay, es geht nicht weiter. Okay, du hast die Enderperlen. Ja, Mann. Hey, das heißt, wir müssen jetzt ins End. Bro, wir haben nur Eisen. Wir müssen jetzt ins End. Wie sollen wir das machen? Durchgespielt nur nach unten bauen. Let's go. Oh, mein Gott. Wir hauen ihn weg. Wir hauen ihn weg, Junge. Bro, der wird nur so... Hast du eigentlich Pfeile irgendwo mal? Ah, ich habe zwei Pfeile. Toll. Hier, hier. Okay, ich gebe dir die Hälfte. Okay, bist du bereit für das letzte Ender, Junge? Let's go, Junge. Und Abfahrt. Nicht bewegen, chill. Ja, äh. Okay, okay, okay. Okay, warte. Ich habe Blöcke. Lass uns hier eine Treppe reinbauen. Hier, hier, hier. Als ob wir jetzt gegen den Endertrachen kämpfen, Junge. Oh, ich bin schon da. Brauchst du auch noch was an dir sagen? Äh, nee. Ich kann dir einen Helm. Äh, ja, dann machen wir einen Helm. Okay, meiner ist down, meiner ist down. Von hier oben kann ich noch einen abschießen. Down. Aber auch noch einen weg. Oh, er wird jetzt kommen, ne? Ja, äh, bro. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Das gefühlt unmöglich. Oh, ich habe ihn getroffen. Sogar, oh mein Gott. Däger Face-Clan, oder was? Ich muss hier runter, ich muss hier die runterbauen, damit ich die Materialien habe. Ich habe ihn auch getroffen. Sie sind alle down, sie sind down, sie sind down. Digger, was war das denn? Okay, wir müssen jetzt einfach nur hier warten. Vorsicht. Einfach hier warten, einfach hier warten, einfach hier warten. Du musst einfach nur warten, bis sie hier vorne ist. Und dann, wichtig, die Hitbox genau am Hals quasi, so hinter mir. Vorsicht, du schießt. Oh, bro. Ich sag dir ehrlich, wenn der nahe kommt, der kann one-shotten, ne? Nein, 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 der macht nicht one. Kann der mal runterkommen, jetzt? Wie viele Pfeile hast du noch? Ich habe nur zwei Pfeile, was denn da passiert? Ich habe nur noch sieben. Bro, ich habe ja die Dinger überall abgeschossen. Das bringt halt auch nichts, jetzt auf die hier zu schießen. Okay, das stimmt. Wir müssen ihn wegkleppen, wenn er landet. Ab, ein Hit. Ja, okay, jetzt, 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 jetzt. Vorsicht, ne? Und drauf. Drauf da, drauf da, drauf da. Okay, weg mit dem Ender-Dranken. Oh mein Gott, Hälfte. Das war schon strong, bro. Jetzt, okay, und drauf, drauf, drauf. Und los, 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 los. Let's go. Ja, komm schon. Ja, ich hau hinten drauf, bro. Nicht, dass ich dich ausgesehen hätte. Ja, alles gut. Let's go, okay. Ein oder zweimal muss er noch landen, dann haben wir ihn. Oh, er ist one shot, er ist one shot, komm. Er ist one shot. Hast du schon einen Pfeil? Nein, ich habe keinen Pfeil mehr. Oh mein Gott, bro. Er ist one shot. Nein, ich habe keinen Pfeil mehr. Oh mein Gott. Aber egal, jetzt Drachen, Atem weg. Ich konnte halt nur am Ende so richtig draufhauen. Okay, er geht, er geht in die Mitte. Let's go, let's go, let's go. Komm, 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 komm. Und drauf, einfach drauf, einfach drauf. Einfach one shot. Let's go. GG's, Junge. Oh mein Gott. Ey, Bro, als ob wir jetzt einfach gerade die geschafft haben. Wir haben nur Eisenrüstung. Und ein D-Ateil oder so. Oh, normal haben wir das geschafft. Junge, die G ist einfach. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, Junge. Wir haben es einfach geschafft, Max. Ja, Mann. Es ist zu krass. Und da oben, guck mal, das Enderei. Das Drachen-Ei. Oh, Enderei, sag ich schon. Drachen-Ei, Junge. Sehr, sehr geil. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.